Wir stehen hier gerade in Frankfurt am Morgen des 9. Oktober 2015 und die Frankfurt University of Applied Science ist unser Gastgeber für das Corporate Learning Camp 2015 und ich freue mich, dass wir heute 200 Teilgebende hier begrüßen konnten. Ungefähr 70 Prozent der Teilnehmer kommen unserer Schätzung nach unmittelbar aus Unternehmen aus dem Personal- oder Corporate Learning Bereich. Wir haben ungefähr zehn Prozent aus Hochschulen und 20 Prozent Anbieter. Wir haben gerade die Sessionplanung hinter uns. Innerhalb von 20 Minuten war die bis dahin leere Agenda mit 30 Themen gefüllt. Ein großes Thema ist das Thema Soziales Lernen und On-the-Job Training. Du hast ja eine Session dazu gemacht. Selbstorganisiertes Lernen, Kompetenzorientierung. Wenn die Kollegen und Kolleginnen plötzlich von der E-Mail, wo sie was verteilen, auf die Aktivitätenströme, wo sie was rausziehen müssen und sich Informationen holen müssen. Wie können wir mit verschiedenen Generationen des Lernens umgehen? Wie können wir Wissen vermitteln? Und gibt es jetzt nur digital nur oder gibt es Classroom Training? Gibt es ein Mix? Und das mal so wirklich offen zu diskutieren aus verschiedenen Branchen heraus, extrem spannend. Und das hat natürlich gravierende Konsequenzen für die Bildungssysteme und damit auch für die handelnden Personen in den Unternehmen, aber natürlich auch für die Führungskräfte, die sich immer mehr zu Entwicklungspartnern ihrer Mitarbeiter wandeln. Kann man das von jetzt auf gleich umstellen? Welche Prozesse sind da? Wie sind auch die Erfahrungen der Mitarbeiter? Können die die so einfach ad acta legen und dann ganz anders arbeiten? Ja, wir hatten heute hier auf dem Corporate Learning Camp in Frankfurt die Live Session des Corporate Learning 2.0 MOOCs. Wir hatten eine kleine Sofaecke aufgebaut und im Prinzip den Leuten ein Mikrofon in die Hand gedrückt. Und es ist total faszinierend. Mir sagte eben ein Journalist einer Fachzeitschrift, dass hier Themen diskutiert werden, die sie alle bisher überhaupt nicht auf dem Radar hatten. Also das freut mich immer bei solchen Unkonferenzformaten, dass man hier überrascht wird. Überrascht von Themen, überrascht von Menschen, überrascht von Ideen. Und ich bin ganz sicher, der Tag wird für alle wieder sehr bereichernd enden. Bis zum nächsten Mal. Schnitt Ahem. Bis zum nächsten Mal. Js général. Js biases Buch und